Hallöchen, hier ist wieder euer Korin, ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft und wir machen heute wieder den Kalender auf, das heißt, einmal in den Shop. Heute erhalten wir wieder einige Skins, ja, wer hätte es erwartet, wir haben ja nicht die letzten zwei Tage schon immer wieder Skins bekommen und zwar erhalten wir heute wieder Winterskins, ja, ich sag mal, jetzt haben wir so eine große Auswahl, wir wissen ja gar nicht mehr, was wir da nehmen sollen, wenn der Winter vorbei ist. Ja, an Silvester kriegen wir nochmal Skins geschenkt, ich weiß jetzt nicht, wie man das Ganze bewerten soll, ich mache diesmal nicht 5 Sterne, ich sag einfach mal, ich mache jetzt einfach mal 4, weil ich finde, wir haben so viele Winterskins, wir hätten auch mal irgendwas zu machen können jetzt hier für Silvester oder irgendwie irgendwas, ja, weiß ich nicht, Partymäßiges, aber na gut, so viele Skins wir haben, da können wir auch nicht meckern, also die Auswahl ist halt jetzt schon ziemlich groß. Wir können abwarten, was sich im letzten Türchen verbirgt, ob es da noch vielleicht eine Welt kommt oder nochmal Skins, denn, naja, lassen wir uns mal überraschen. So, aber ansonsten war es das Ganze hier, ich wünsche dir noch einen schönen Silvesterabend, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hören uns dann im neuen Jahr. So, aber jetzt sind wir uns dann wieder in der Stunde, ich würde sagen, wir gehen, 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 wir gehen. Untertitelung. BR 2018